Und dann legt das Folie auf. Nein, keine Folie, da wird mit dem Lehm abgelichtet. Wir haben einen Landschaftsgartenarchitekt bei uns dabei, der hat gemeint, das geht. Wir haben heute Morgen ganz viele Tonnen Lehm angeliefert. Halb sieben kam der. Und dann pflanzen. Ja, pflanzen und dann am Ende Waffen rein. Weg anlegen. Ja, der muss zwei Drittel, ein Drittel muss pflanzen sein, sonst tippt er. Ja, die müssen so halt noch organisieren, die Klanschen. Sehr, sehr schön, das ist mir was für morgen. Und Teichmutz, wenn du ihn nicht lüftest und nicht gefiltert ist, dann musst du ein Schlüssel, musst du pflanzen nach drinnen haben. Ungefähr, und zwar so Rohrkolden und so ein paar. Wollte ich mitnehmen nach Gernsheim? Ja, ich hab den Teich zu haben, ich hab den Teich zu haben, ich hab den Teich zu haben. Soja, okay, ich hab mal ein paar Opposgeschosslein. Und eigentlich ist immer so der Traum eines Regen, ein Schuss. Ich hab den Teich zu haben. Ja. Ah, nee, das ist dann doch super. Ah, nee, das ist dann doch. Oh, ich hab was gefunden. Ich weiß nicht. Nein, aber so ganz zufrieden sind sie nicht. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo.